Herzlichen Glückwunsch! Ein schöner Rennen, ein schöner Geist in der letzten Körner. Was denkst du, bevor du Turnquist übernimmst? Es war ein fantastisches Finale. Ich denke, das ist das größte Schwierige von meinem Leben. Der Start 6. Der Start war gut. Nach ein paar Runden war ich 2. Aber ich verletzte Zeit, um Zanchetta zu übernimmst. Und Torquist war ein 2.5 Sekunden. Ich denke, das war ziemlich das Gleiche. Und ich sagte, okay, ich muss versuchen, um die Zeit zu verlieren. Und in der letzten Runde, er hat die letzte Runde geschlossen. Und ich sagte, okay, jetzt muss ich versuchen, in der letzten Körner. Und wir sind in der letzten Körner, und er hat nicht geschlossen. Und ich sagte, okay, jetzt muss ich versuchen, ob es gut ist. Und alles war okay. Und jetzt bin ich der neue Weltkampion. Und alles ist großartig. Ja, ich denke, in der letzten Körner alles war wirklich gut. Du bist hier seit Wednesday. Wie war die Präparation für die Runde? Und ich denke, es ist ein sehr langes Zeit. Du hast sechs Heats und wir hatten 26 Runde. Wie war die Präparation für die Runde? Ja, es war ein schwieriges Weekend. Sechs Heats. Und dann war das 26 Runde. Das war, ich denke, sehr schwierig für den Körper, für die Minder, und alles. Und, you know, vor dem Finale, ich war ziemlich calm. Und ich sagte, vielleicht kann ich nichts verloren. Wir können ein gutes Ergebnis machen. Und nach dem Finale, das war fantastisch. Once again, congratulations. See you next year. What's the plan? Capacetta Duo? Capacetta? What's the plan? I don't know yet. We will see with the team, but I want to try in KZ next year, but we will see what the team, what we can do. Okay, perfect. Have a great party and see you next time. Thank you. Bye.